1935 verkündete der Schah von Iran gegenüber dem Völkerbund, dass das Land Persien fortan Iran heißen würde, ein Name, der auf die alten Wurzeln des Landes und den Sanskrit-Ausdruck Aryanem-Veya oder Heimat der Arya zurückgeht. 1936 erklärte Deutschland den Iran zur zweiten arischen Nation, die von den Nürnberger Gesetzen ausgenommen ist. Deutschland verlieh dem iranischen Königreich sein Siegel der rassischen Reinheit. Die Nürnberger Gesetze, die den Antisemitismus zum Gesetz erhoben hatten, wurden geändert und schlossen die persischen Juden ein. Iraner, die bis 1936 ausgebildet wurden, sollten als genauso arisch angesehen werden wie jeder reinrassige Deutsche. Tatsächlich erließ Hitlers Kabinett 1936 eine Richtlinie, die iranische Juden vom Tragen des gelben Davidssterns befreite. Hitler versprach persönlich, dass er im Falle eines Sieges über die Sowjetunion das gesamte persische Territorium, das die Russen im 19. und 20. Jahrhundert erhobert hatten, zurückgeben werde. 1939 stellte Deutschland dem Iran die sogenannte Deutsche Wissenschaftliche Bibliothek zur Verfügung. Die Bibliothek enthielt mehr als 7500 Bücher, die ausgewählt wurden, um »die iranischen Leser von der Verwandtschaft zwischen dem Nationalsozialistischen Reich und der arischen Kultur des Iran« zu überzeugen. Worauf beruhten die engen historischen Beziehungen zwischen Deutschland und dem Iran? Und warum glaubte das Ahnenerbe, dass sie von den alten Arian abstammen würden? In seinem 1896 erschienenen Buch mit dem Titel »Das Hakenkreuz, das älteste bekannte Symbol und seine Wanderungen« schrieb Thomas Wilson, Kurator der Abteilung für prähistorische Anthropologie im US National Museum, »Ein arisches Symbol, das von den arischen Völkern vor ihrer Zerstreuung durch Asien und Europa verwendet wurde. Dies ist ein geeignetes Thema für eine Untersuchung und könnte als Erklärung dafür dienen, wie das Hakenkreuz als heiliges Symbol in die verschiedenen Völker und Länder getragen wurde, in denen wir es heute durch die Aufspaltung der arischen Völker, ihre Wanderungen und ihre Ansiedlung in den verschiedenen Teilen Europas vorfinden. Aber wer waren diese arischen Völker, woher kamen sie und welche Bedeutung hatte das Symbol als solches? Ein kurzer Einschub, der Begriff Magi oder Magi im Englischen, den übersetze ich jetzt direkt mit Magi, aber man könnte auch Weise oder Magier sagen. Es gibt auch die Übersetzung »Die heiligen drei Könige« oder »Die weisen aus dem Morgenlande«. Musik In der Religion Die Religion der arischen Magi des alten Iran ist Zurwan sowohl der Sonnengott als auch der Gott von Zeit und Raum, weder gut noch böse, sondern völlig neutral, der ursprüngliche Hüter des Gleichgewichts, der Neutralität und verantwortlich für den Fluss der Zeit in der gesamten Existenz. Zurwans wahre Gestalt ist für jeden Sterblichen absolut nicht zu erkennen oder zu erahnen, wird aber manchmal dargestellt als Vater Zeit, ein alter Mann mit einem langen silbernen Bart. Zurwan ist der androgyne Elternteil der gleichberechtigten, aber gegensätzlichen Zwillinge, Ahura Mazda und Angra Mainju, auch Ariman genannt. Ahura Mazda ist der Himmelsgott der altiranischen Religion des Zoroastrismus, wobei Ahura Herr bedeutet und Mazda für Weisheit steht. Ariman ist in der zoroastrischen Religion der zerstörerische oder böse Geist, der in einen Kampf mit Ahura Mazda verwickelt ist, der 12.000 Jahre dauert und an dessen Ende die böse Schöpfung zerstört wird. Zurwann entwickelte sich zum hellenistischen Aion, dem alexandrinischen Gott der Ewigkeit, der an der Spitze der göttlichen Hierarchie im Mithraismus stand, den Lauf der Sterne regelte und oft als nackte männliche Figur mit einem Löwenkopf und einer sechsfach gewundenen Schlange um seinen Körper dargestellt wurde, der auch mit Tierkreiszeichen und den Emblemen der Jahreszeiten bedeckt war. Als Herr der vier Elemente herrscht er über vier Winde oder vier Himmelsrichtungen und die vier Jahreszeiten, die manchmal auch durch vier jahreszeitliche Sonnengottheiten dargestellt werden, die in den vier Ecken seiner Ikonografien oder durch seine vier Flügel symbolisiert werden. Obwohl sie historisch als zoroastrische Priester betrachtet wurden, waren die Magi oder Weisen selbst nicht Teil der zoroastrischen Hauptreligion, sondern gehörten im tiefsten Inneren einer Initiationssekte der mithrasischen Mysterien, die auf dem Kult des aufgehenden Sonnengottes Mithras basierten. In den Religionen der Mysterienschulen sind die Sonne oder die Anbetung des Feuers Metaphern und sollten nicht wörtlich genommen werden. Sie sind symbolisch, mit sieben Stufen der Einweihung, die sich in den sieben Chakren des menschlichen Körpers widerspiegeln, die durch heilige tantrische Rituale erleuchtet werden, die es dem Adepten ermöglichen, das Ego zu umgehen und höhere Bewusstseinszustände zu erreichen, in denen die Adepten Einsicht gewinnen und durch subjektive Interaktion mit dem Göttlichen, dem kollektiven Unbewussten oder dem eigenen Höheren, einen transähnlichen gnostischen Zustand zu erlangen, indem sie die Zeit transzendieren und angeblich Wahrsagerei, Hellseherei und andere Formen der Medialität ausüben können. Die geheimen Rituale des mitraischen Kultes beinhalten natürlich auch den Konsum von psychoaktiven Substanzen wie Psylocibinpilzen, verbunden mit verschiedenen inneren alchemistischen Techniken, die den Orgasmus verlängerten, steigerten und transmutierten, um die bioelektromagnetische Energie zu erzeugen, die erforderlich ist, um astrale Manipulation oder Magie zu induzieren. Ein Begriff, der vom Wort Magie abgeleitet ist. Dies bringt uns zu dem griechischen Gott Kronos, der Zeit bedeutet und im alten Rom als Saturn bekannt war. Im Altertum wurde der dreidimensionale Raum und die Zeit als Würfel mit zwölf Kanten dargestellt. Dies spricht für die esoterische Symbolik des schwarzen Würfels in einigen abrahamitischen Religionen, deren kabbalistische Ursprünge dem Judentum und dem Islam vorausgehen und sich bis zu den alten Magie zurückverfolgen lassen. In der griechischen Mythologie wurde die Sonnengottheit in vier Phasen dargestellt, die den vier Jahreszeiten entsprachen, wobei er im Sommer als Helios bekannt war, wenn die Sonne ihren höchsten Stand erreicht hatte und die Tage zur Sommersonnenwende am längsten waren. Zur Zeit der Ernte, als das Klima kälter wurde und die Pflanzen abzusterben begannen, wurde die Sonne von Saturn repräsentiert, der als die nächtliche oder schwarze Sonne galt und den Übergang zum Herbst einläutete, der nach der Wintersonnenwende von Pluto regiert wurde, der auch als Hades bekannt ist, dem Gott der Toten und König der Unterwelt, der auch eine wichtige Rolle in den eloisinischen Mysterien spielt, die ich in einem früheren Video behandelt habe, wo Persephone symbolisch stirbt, wenn sie zur Königin der Unterwelt gekrönt wird und dann wiedergeboren wird. Auf diese Zeit folgt Zeus als Sonnengott im Frühling, auch bekannt als Jupiter, der König der Götter, der mit Ostern und der Zeit der Auferstehung zusammenfällt, wenn die Vegetation und die Feldfrüchte wieder zu wachsen beginnen und die Tage länger und wärmer werden, um wieder in den Sommer überzugehen und den endlosen Zyklus der Erneuerung und Wiedergeburt zu wiederholen. Wenn man tief in die griechische Mythologie eindringt, dann erfährt man, dass Saturn der Vater von Jupiter und vieler anderer Götter ist. Er wird mit der Sense oder einem Rad symbolisiert und man nennt ihn auch Kronos, der Gott der Zeit und des Todes. Denn astrologisch gesehen ist Saturn mit dem Strahl des Todes oder der Zerstörung verbunden. Wenn wir unsere Wurzelrasse, die arische Rasse, untersuchen, wissen wir, dass die erste Unterrasse dieser arischen Rasse in Tibet erblühte, dann die zweite in Indien, in China, die dritte in Ägypten, Persien, Babylon. Wenn wir die vierte untersuchen, entdecken wir die griechisch-römische Zivilisation. Und natürlich entdecken wir zwischen diesen beiden Rassen oder Unterrassen die Entstehung des Judentums und des Christentums. In den Diodori Siccoli, also die Universalgeschichte von Diodor von Sizilien, heißt es also, dass Jael der höchste aller Götter ist. In der Tat ist Jael Saturn. Die Jahreszeiten, gemäß Diodor, dort heißt es, Zeus regiert den Frühling, Helios den Sommer und Jael den Herbst, während Hades, der Gott der Hölle, der auch Pluto genannt wird, den Winter regiert. Erinnern wir uns daran, dass Saturn auch Kronos genannt wird, der mit der Zeit verbunden ist, und die Zeit wirkt natürlich durch die sexuelle Energie. Mit anderen Worten, wir treten durch Sex in den Kreislauf der Zeit ein. Das Hakenkreuz stellt daher das Sonnenrad oder die Sonne in ihren vier jahreszeitlichen Aspekten dar, die sich in einem endlosen Zyklus von Geburt, Tod und Auferstehung ständig erneuert, was in einem astrotheologischen Kontext den solaren Zyklus der Zeit und in einem esoterischen oder okkulten Kontext die spirituelle Unsterblichkeit symbolisiert. In der Mysterienschule der Religionen steht die Sonne für Gott und damit für das Licht, das einzige Licht, das universelle Licht, ein allgegenwärtiges Symbol der göttlichen Leuchtkraft, das Licht in jedem von uns. Der Einfluss zur Warns, der eng mit dem ewigen Licht und der endlosen Zeit verbunden ist, findet sich auch in der Figur des Buddha Amitabha wieder. Der Name Amitabha bedeutet übersetzt unendliches Licht, der in sehr alten Zeiten auf einem Mönch namens Dharmakara basiert haben könnte, der in einigen Versionen als ehemaliger arischer König beschrieben wird, da sogar Guatama Buddha selbst arischer Adel war, der als blauäugig beschrieben wird und üblicherweise mit dem Hakenkreuz-Symbol assoziiert wird, das dem Buddhismus selbst vorausging und in Tibet auch von der früheren Bönn-Religion verehrt wurde, die, laut Madame Helena Blavatsky, ihre Tradition der Magie von den alten Aryan erbte. Eine alte buddhistische Skulptur mit einem Hakenkreuz, die 1939 von der deutschen nationalsozialistischen Expedition nach Tibet entdeckt wurde und als eiserner Mann bekannt ist, wurde aus einem Meteoriten geschnitzt, der vor etwa 10.000 bis 15.000 Jahren auf die Erde fiel, also in einem Zeitraum, in dem Atlantis angeblich durch einen Kataklysmus zerstört wurde. Der Phänotyp der Statue, die ein Hakenkreuz auf der Brust trägt, scheint bärtig zu sein, hat kaukasische Gesichtszüge und trägt skütische Kleidung. Bei den Sküten handelt es sich um einen arischen Stamm aus Nordiran, der im 5. Jahrhundert aus der Geschichte verschwand. Aus dieser Region im Nordiran, in der Nähe der Türkei und von Städten wie Gobekli Tepe stammen die alten Aria, die in der Fachzeitschrift Nature Communications als blonde, blauäugige und hellhäutige beschrieben werden, die vor 6.500 Jahren die Kupfersteinzeit in der Levante einführten. Durch die Sequenzierung von DNA aus der fernen Vergangenheit haben Archäologen entdeckt, dass vor Tausenden von Jahren im heutigen Norden Israels Wellen von Migranten aus dem Norden und Osten, dem heutigen Iran, Armenien und der Türkei in die Region kamen und nicht nur neue kulturelle Praktiken mitbrachten, sondern auch neue Gene, darunter die für blaue Augen verantwortlichen, die sich in den antiken Statuen der frühen mesopotamischen Kulturen wie den Sumerern und Babylonien widerspiegeln. Die aus mehr als 600 Leichen gewonnene DNA, die etwa 6.500 Jahre alt ist, macht diese Studie zu einer der größten Studien über antike DNA im Nahen Osten. Sie kam zu dem Ergebnis, dass das für blaue Augen verantwortliche Gen bei 49% der untersuchten Überreste zu finden war, was darauf hindeutet, dass blaue Augen bei den Bewohnern des oberen Galilea weit verbreitet waren, ein weit verbreiteter Phänotyp im alten Nahen Osten, ebenso wie helle Haut und blondes Haar, die in der heutigen Zeit sehr selten geworden sind. Dies erklärt natürlich, warum die ältesten Darstellungen von Juden immer modernen Europäern ähneln und warum trotz des Widerstandes von staatlich finanzierten Universitäten, die es vorziehen, eine afrozentrische Darstellung zu propagieren, frühe Darstellungen von Jesus Christus, falls es ihn tatsächlich gab, ihn mit dem genauen Phänotyp des alten Nahen Ostens mit blondem Haar und blauen Augen darstellten. Ende 2017 gaben Wissenschaftler die Entdeckung einer griechischen Originalabschrift eines heretischen christlichen Manuskriptes bekannt, das die Geschichte dessen erzählt, was Jesus insgeheim über seinen Bruder Jakobus, auch bekannt als Jakobus der Gerechte, einen frühen Führer der Kirche, lehrte. Die Seite mit der koptischen Schrift stammt aus dem Nakhamadi, das heute in der Universität Oxford liegt und 13 koptische, gnostische Bücher enthält, die 1945 in Ägypten gefunden wurden. Darin finden sich Gespräche, die angeblich zwischen Jesus und seinem Bruder Jakobus stattfanden und in denen Jesus geheime Lehren vermittelte. Natürlich wurde Jesus auch mit Hakenkreuz-Symbolen abgebildet, was auf das uralte vorchristliche Konzept von Tod und Wiedergeburt bzw. spiritueller Unsterblichkeit hinweist, das auf frühchristlichen Statuen und anderer Ikonografie zu sehen ist, auch an Orten wie dem antiken Äthiopien, das laut Herodot einst die Heimat von Menschen mit sehr heller Hautfarbe war, was durch die alte äthiopische DNA bestätigt wird, die ein hohes Maß an eurasischer Vermischung in der Antike zeigt. Die religiöse Philosophie jener Zeit in der Levante umfasste auch christlich-gnostische Sekten wie die Essener, die im 1. und 2. Jahrhundert ihre Blütezeit erlebten. Sie spiegelten dieselben dualistischen Konzepte wieder, die in den Mysterienlehren der Magi zu finden waren und die in die jüdische kapalistische Mystik übernommen wurden, die von den Juden nach dem Fall Babylons verbreitet wurde, wo sie möglicherweise während ihrer Gefangenschaft esoterische Lehren der arischen Magi aufnahmen. Dies wiederum beeinflusste die Anfänge der Philosophie in Ländern wie Griechenland um das 6. vorchristliche Jahrhundert. Die Etymologie des Begriffs setzt sich aus den Begriffen Phylo, Liebe, und Sophia, Weisheit, zusammen, was in einem gnostischen Kontext esoterisches Wissen bedeutet. Der kaldeisch-kabbalistische Einfluss der Magi beeinflusste auch Platon und in weiterer Folge den Neu-Platonismus oder Neu-Platonismus, die Hermetik, die gnostischen Alchemisten wie die Tempelritter, die Katara, die Rosenkreuzer und die Freimaurer, was von Albert Pike in seinem Buch Morals in Dogma anerkannt wird. Aus Albert Pike Morals in Dogma Deutsche Ausgabe Band 2 Die okkulte Wissenschaft der alten Weisen war unter den Schatten der alten Mysterien verborgen. Sie wurde von den Gnostikern unvollkommen aufgedeckt oder eher entstellt. Sie wird unter Unklarheiten erahnt, die die angeblichen Verbrechen der Templer abdecken, und ist eingehüllt in Rätsel, die undurchdringlich erscheinen, in den Riten der höchsten Freimaurerei. Die Magie war die Wissenschaft von Abraham und Orpheus, von Konfuzius und Zoroaster. Es waren die Dogmen dieser Wissenschaft, die von Henoch und Trismegistus in die Tische aus Stein eingraviert wurden. Moses reinigte und verschleierte sie, denn das wäre die Bedeutung des Wortes Enthüllen. Er bedeckte sie mit einem neuen Schleier, als er aus der Heiligen Kabbalah das ausschließliche Erbe des Volkes Israel und das unverletzliche Geheimnis seiner Priester machte. Die Mysterien von Theben und Eleusis bewahrten unter den Völkern einige Symbole davon, die schon fertig verändert waren und deren mysteriöser Schlüssel unter den Instrumenten eines immerwährenden Aberglaubens verloren ging. Jerusalem, Mörderin ihrer Propheten und die sich so oft den falschen Göttern der Syrer und Babylonier prostituierte, hatte schließlich das heilige Wort verloren, als ein Prophet, der vom geweihten Stern der Einweihung den Magiern angekündigt wurde, den abgetragenen Schleier des alten Tempels abtrennte, um der Kirche ein neues Gewerbe von Legenden und Symbolen zu geben, das immer und immer von den Profanen verborgen und die gleichen Wahrheiten bewahrt. Es war die Erinnerung an dieses wissenschaftliche und religiöse Absolute dieser Lehre, das in einem Wort zusammengefasst ist, dieses Wortes kurzum abwechselnd verlorenem und wiedergefundenem, das an die auserwählten aller alten Einweihungen übermittelt wurde. Es war dies die gleiche Erinnerung erhalten oder vielleicht entweiht in dem berühmten Orden der Templer. Das wurde für alle Geheimbünde des Rosenkreuz, der Illuminaten und der hermetischen Freimaurer der Grund ihrer seltsamen Riten, ihrer mehr oder weniger konventionellen Zeichen und vor allem ihrer gegenseitigen Hingabe und ihrer Macht. Die Gnostiker verursachten, dass die Gnosis von den Christen verboten wurde und das offizielle Heiligtum wurde für die hohe Einweihung geschlossen. Die hermetische Wissenschaft der frühchristlichen Zeitalter, die auch von Geber, Al-Farabius und anderen Arabern kultiviert wird, die von den Führern der Tempelritter studiert und in bestimmten Symbolen der höheren Grade der Freimaurerei verkörpert sind, kann genau definiert werden als die Kabbalah in aktive Verwirklichung oder die Magie der Werke. Es gibt drei analoge Grade, religiöser, philosophischer und physischer Erkenntnis. Seine religiöse Verwirklichung ist die dauerhafte Grundlage des wahren Reiches und des wahren Priestertums, das im Reich des menschlichen Intellekts herrscht. Seine philosophische Verwirklichung ist die Erreichung einer absoluten Lehre, die zu allen Zeiten als die heilige Lehre bekannt ist und von der Plutarch in der Abhandlung De Iside et Osiride auf große aber geheimnisvolle Weise spricht und von einer hierarchischen Anweisung um die ununterbrochene Abfolge der Adepten unter den Eingeweihten zu sichern. Ihre physische Verwirklichung ist die Entdeckung und Anwendung des schöpferischen Gesetzes im Mikrokosmos oder der kleinen Welt, das das große Universum unaufhörlich bevölkert. Die primäre Tradition der Einzeloffenbarung wurde unter dem Namen der Kabbalah vom Priestertum Israels bewahrt. Die kabbalistische Lehre, die auch das Dogma der Magier und Hermes war, ist in Sepa Yetzaira, Soha und Talmud enthalten. Nach dieser Lehre ist das Absolute das Wesen, in dem das Wort ist, das Wort, das die Äußerung und der Ausdruck von Sein und Leben ist. Magie ist das, was es ist. Es ist an sich, wie die Mathematik, denn es ist die genaue und absolute Wissenschaft der Natur und ihrer Gesetze. Die Magie ist die Wissenschaft der alten Magier und die christliche Religion, die die lügnerischen Orakel zum Schweigen gebracht und den Vorstellungen der falschen Götter ein Ende gemacht hat, verehrt selbst jene Magier, die aus dem Orient kamen und von einem Stern geführt wurden, den Erretter der Welt in seiner Wiege zu verehren. Die Tradition gibt diesen Magiern auch den Titel Könige, weil die Einweihung in die Magie eine echte königliche Abgabe darstellt und weil die großartige Kunst der Magie von allen Adepten als die königliche Kunst oder dem Heiligen Bereich oder Reich Sanctum Regnum gestaltet wird. Ende des Zitats von Albert Pike Nun David Livingstone Man muss von der Vorstellung ausgehen, dass die heiligen drei Könige Priester der Religion des Zarathustra waren, des sogenannten Zoroastrismus. Das ist eine persische Religion. Sie ist dafür bekannt, dass es zwei Götter gibt, Ahura, Mazda und Ariman, die sich im Grunde in einem ewigen kosmischen Konflikt befinden. Die Magie, die Weisen, die heiligen drei Könige, die in der ganzen Welt berühmt wurden, vertraten eine Reihe von Lehren und Glaubensvorstellungen, die nichts mit dem orthodoxen Zoroastrismus zu tun hatten. Im Grunde verehrten sie also eine Art von sterbendem Gott. In diesem Fall war es Mitras oder Mitra, was im Grunde die persische Version von Baal ist. Und eine Version der Göttin, ich glaube, ihr Name war Anahita, was der Ursprung von Athena ist. Und sie praktizierten und glaubten an Astrologie, Numerologie, sie glaubten an Reinkarnation und Vegetarismus. In Griechenland haben wir bereits eine Art Fundament dieser Tradition der sterbenden Götter, die dort durch das Überleben verschiedener, Sie wissen schon, die Verehrung des Dionysos und verschiedener anderer Versionen existierte. Ich glaube, es ist 538, erobert Kyros Babylon von den Babyloniern und befreit die Juden aus der Gefangenschaft. Die meisten von ihnen dürfen dann nach Israel zurückkehren und den Tempel wieder aufbauen. Aber sie kehren nicht alle dorthin zurück. Einige von ihnen gehen nach Ägypten und einige landen in Griechenland. Wichtig ist hier, dass das Persische Reich das gesamte Gebiet der heutigen Türkei erobert hatte. Im äußersten Westen der Türkei befand sich eine griechischsprachige Region namens Ionien und es ist bekannt, dass dort die ersten Anfänge der griechischen Philosophie zu finden sind. Und was die Historiker nicht sagen, ist, dass diese Philosophen unter persischer Besatzung entstanden, obwohl sie als Griechen bezeichnet werden. Wenn man sich also die sogenannten Vor-Sokratiker, also Vor-Sokrates, die frühesten griechischen Philosophen ansieht, so finden sich in ihren Ideen Elemente, die dem Kult der Magi ähnlich sind. Vor allem kann man Heraklit lesen, der aus dem 5. Jahrhundert vor Christus stammt. Er sagt, dass der Dionysos-Kult von den Magi entlehnt wurde und dass es sich um einen teuflischen Kult handelt, der dem Phallus gewidmet ist. Der Dionysos-Kult war also von zentraler Bedeutung, denn er war die früheste Form der antiken Mysterien im alten Griechenland. Auch hier handelt es sich also um dasselbe Ritual des sterbenden Gottes, das Rauch, Tanz, Orgien und Menschenopfer beinhaltet. Aus dem Kult des Dionysos wurde also der Kult des Orpheus. Heute gibt es zahlreiche Behauptungen, dass die frühesten griechischen Philosophen ihre Lehren aus dieser Zeit des Einflusses der Magi im alten Griechenland ableiten. Wichtig ist, dass sich hier ein bedeutender Wandel vollzieht, wie er in vielen Teilen der Welt stattfindet. Dies ist auch das sechste Jahrhundert, das von den Gelehrten oft als das axiale Zeitalter bezeichnet wird, weil in diesem Jahrhundert so viele Veränderungen in den Weltreligionen und Ideen stattfanden. Wir haben es also mit einer archaischen, antiken, religiösen Tradition in Griechenland zu tun, die verdrängt wurde von diesem neuen Kult, insbesondere der Kult des Dionysos, aber auch dem Aufkommen der griechischen Philosophie. Und das wurde in unserer Zeit von den Philosophen der Aufklärung aufgegriffen, um zu suggerieren, dass die Griechen, denn die Aufklärung war das sogenannte Zeitalter der Vernunft, also versuchten sie die Geschichte als eine Evolution der Vernunft zu sehen, weshalb sie behaupteten, dass die Griechen die Religion zugunsten der Vernunft ablehnten und den Aberglauben zugunsten des empirischen Denkens aufgaben. In Wirklichkeit nahmen die griechischen Philosophen eine neue Religion an. Und diese Religion war der Magi-Kult. Und wenn man sich die grundlegenden Lehren der frühesten Philosophen, insbesondere von Pythagoras und Platon, ansieht, kann man erkennen, dass sie von den Lehren der Magi abgeleitet sind. Und das ist die Art und Weise, wie sie seither betrachtet wurden. Aus diesem Grunde wurde Platon im Laufe der Geschichte auch von jüdischen Kabbalisten immer als eine der wichtigsten Gründungsfiguren der Kabbalah angesehen. Und aus diesem Grund können Sie jetzt sehen, warum Albert Pike dieses Erbe für die Magi beanspruchen wird. Dieser Magi-Kult ist im Grunde genommen die frühe jüdische Kabbalah, die, weil die damalige Welt nicht wusste, wer die Juden waren, sie im Grunde genommen mit den Persern oder Babyloniern verwechselte, weshalb sie als Phönizier bekannt waren und als Menschen beschrieben wurden, die die Beschneidung praktizieren. Aber die antike Welt machte keinen Unterschied in Bezug auf ihre religiösen Praktiken. Und so verbreitete sich dieser Kult mehr und mehr, vor allem durch den griechischen Einfluss. Als Alexander der Große einen großen Teil der Welt eroberte, wurde diese griechische Version der Kabbalah dann in verschiedene Teile der Welt eingeschleust, vor allem in die Stadt Alexandria. Und Alexandria ist tatsächlich das, was wir als die Anfänge der okkulten Tradition betrachten können, denn hier fließen all diese verschiedenen Versionen zusammen. In Alexandria gibt es also den Einfluss der persischen okkulten Tradition, der ägyptischen okkulten Tradition, die als Hermetik bekannt ist, den Einfluss der verschiedenen alten Mysterien, die Mysterien des Mithras, die Mysterien der Sybille, die Mysterien der Isis, die Mysterien der Osiris. Es waren im Grunde genommen alle nur Variationen der alten Mysterien des sterbenden Gottes, der jüdische Mystizismus, der sich in Gruppen wie den Essenern und einer anderen mit ihnen verbundenen Gruppe in Ägypten, insbesondere in Alexandria, den Therapeute, nachweisen lässt. Der griechische Einfluss, der Neoplatinismus genannt wird, und so kommt er ins Spiel. Und dann haben wir den Gnosticismus, und der Gnosticismus ist im Grunde die christliche Version all dieser verschiedenen Kulte. Aber die Sache ist die, dass die Gelehrten diese Ära als eine Ära des Synkretismus bezeichnen, weil es so viele ihrer Meinung nach getrennte Elemente gibt, die sich gegenseitig befruchten, ohne zu verstehen, dass sie alle einen einzigen Ursprung im Kult der Magie oder Weisen oder Heiligen Drei Könige haben und im Grunde nur Zweige desselben Kultes sind. Die Hermetik war also der alchemistische, praktisch-magische Zweig dieses Okkultismus, der Neoplatinismus war die Theologie, und die alten Mysterien waren die Rituale. Was passiert also im Jahr 597? Die Babylonier kommen. Davor kommen die Syrer und erobern das nördliche Königreich Israel und schicken diese Menschen in die Gefangenschaft. Sie werden von da an die verlorenen Stämme. Und das Unterreich Judah wird 597 erneut erobert, sie werden in die babylonische Gefangenschaft verschleppt. Und hier kommen sie in Kontakt mit den Lehren der alten Magie, die in der Welt als die Weisen oder Heiligen Drei Könige bekannt sind, aber im Grunde genommen kamen sie mit den Lehren der Astrologie, der Numerologie und der Magie in Berührung, die sie mit ihrer Baals-Religion verbanden. Doch anstatt ihren Kult nach außen hin zu praktizieren, verwandelten sie ihn nun in eine mystische Interpretation des Judaismus, die zur Kabbalah wird. Die Kabbalah ist also tatsächlich eine gnostische Version des Judaismus. Nach den mysterischen Lehren der Kabbalah sind die Juden das auserwählte Volk, und das bedeutet in Wirklichkeit, dass die Geschichte der Juden für ihre Zwecke vorgesehen ist. Moderator, ich muss Sie hier kurz unterbrechen, denn das klingt mir ein bisschen zu sehr nach der Idee der Nazis von der Herrenrasse, den Arian. Ja, nun, da kommen wir jetzt gleich hin. Wenn man also den Begriff Aria betrachtet, ist die ganze Idee der arischen Rasse eine kabbalistische Idee. Es wird nicht offen so ausgedrückt, aber es gibt genügend Hinweise in der Sprache, wenn man sich ansieht, wie die arische Rasse bezeichnet wurde, die die Flut von Atlantis überlebt hatte. Sie waren Nachkommen der Gottessöhne aus der Bibel, die vor der Sintflut lebten. Sie überlebten Atlantis und landeten dann in den Bergen Asiens, genauer gesagt im Kaukasus, und breiteten sich dann über Indien nach Europa aus, weshalb sie auch als Indoeuropäer bezeichnet werden. Es ist also wichtig, sich an dieser Stelle daran zu erinnern, dass die arische Rasse eine kabbalistische Idee war. So paradox es auch klingen mag, das ganze Konzept der arischen Rasse ist in Wirklichkeit eine okkulte jüdische Vormachtstellung. Der Davidsstern ist natürlich kein jüdisches Symbol. Es ist ein magisches Symbol aus der Kabbalah. Und das Hakenkreuz? Der Grund, warum es übernommen wurde, ist, dass es ein Symbol war, von dem man glaubte, es sei ein Kennzeichen für das überlebende Aria. Und in diesem Fall dachte man, es sei ein Repräsentant der Reinkarnation, die im Buddhismus zu finden ist, was einem Glauben namens Gilgul aus der Kabbalah ähnelt, die auch eine Art Glauben an die Reinkarnation hat. Moderator, aber ich meine, du sprichst hier über den Davidsstern, die zwei Dreiecke, eines über dem anderen, das ist jetzt offensichtlich ein massives Symbol auf der israelischen Flagge und so weiter geworden. Ja, die Idee ist, sie stammt aus der Legende, die besagt, dass Salomon die Macht erhielt, Dämonen, Geister, im Islam werden sie Djinn genannt, zu beschäftigen, um ihm beim Bau des Tempels zu helfen. Er besaß also einen Ring mit einem Siegel, das ihm offenbar Macht über diese Wesenheiten gab. Und deshalb ist dieses Handwerk, die Hexerei, sozusagen das Handwerk der Freimaurerei. Und deshalb versuchen die Freimaurer allegorisch, den Tempel Salomons wieder aufzubauen, indem sie das Handwerk und das Siegel Salomons benutzen, das die Kontrolle über die Wesenheiten bedeutet, um den Tempel wieder aufzubauen, was eine Allegorie für den Aufbau einer effektiven, entschuldigen Sie das Klischee, aber neuen Weltordnung ist. Der Ersteller des Originalvideos ist Robert Sepper. Er ist Anthropologe und seine Kontaktdaten habe ich unten in der Beschreibung verlinkt. Vielen Dank für das Interesse. Bis bald.